das sind jetzt schon wieder hier ist ja abartig wie sie kaktus guter Name übrigens Ostturm status überwuchert ich verstehe immer noch nicht warum warum hier alles durcheinander hast du es gibt es was alle Feuerwachen sichern Portal zum Notturm A48 Deck 8 wieder gehen wir mal zum Notturm oder Bruchlandung keine Geister noch nie mehr eigentlich nur den Knopf drücken die uns sehen als geist scheinbar nicht jetzt die Überraschung für euch die 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 blöken in den die die diese rat wenn ich lesen weg bist aber noch mal kurz ich hätte gern ein bisschen munition vor wohl dieser voll mit auch ein bisschen munition da kommen wir dran spitze ich verstehe nicht die scheiden ja praktisch die die leute an der erde einfach wohin zu saugen ihre eigene welt aber zu welchem zweck also die wollen die ernten aber was haben die davon ach komm schon ach jetzt habe ich das verstanden naja jetzt hat es hat wenig gedauert aber desto mehr wird abkommt nein desto mehr wir treffen blaue geben uns geisterenergie und rote geben uns einfach leben das ist jetzt erst mit krägern und durch hier hat schluss jetzt hier nrg wir müssen diese unbedingt weiß auch immer erst mal rausfinden ob ein Flugzeug mit jemandem lebt und dann müssen wir eigentlich stellen aber ich hab schon gar keine Ahnung mehr wo Schellen überhaupt ist du was hockt ihr hier in der Ecke? ihr spinnt wo? Flugzeugteil oder Alien? was bist du? die 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 geht na mit lassen und dann dran der heißt will ich jetzt nicht über ich hab versucht uns zu fressen oder so bist du eigentlich nur ganz fett wo 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 ich hab dich nicht gesehen oder was wir können auch schießen mit dem Eiserach soo ich dachte wir können bloß aber auch geht es gut was soll ich auch machen nur ein bisschen Munition finden nur so sonst irgendwas mir sind nicht so aus mit gern ab und so hinaus wenn wir können ja was zu fahren da 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 ist so ecklich ist das leuchtlampe leuchtwurm hauen oder was aber das bretten sich zu feigling das ist ein bisschen muni ich dachte wir können hier alle mit einmaligen so gerade nicht so müssen wir denn jetzt lang wo das ganze noch mal auf die seite kippen aber wir bräuchten irgendwie aus so ein bisschen wie so eingang für ein also ich hoffe nicht bevor sie irgendwas von der mutter gelesen was das protein ist für die mutter Achtung Protein an wird zu lesen es noch mal kommen M M M M M so dass wir uns auf die Seite wir hatten immer noch nicht auf wie war nur gerade verwirrt wir müssen darum dass wir noch und wir haben keinen der nach oben zeigt einmal den Text eine Achtung Protein an und das oder ihn an Flut entfernen und gefriert kann man leider leiden ok so wir könnten sie einfach mal mit dem knopf probieren ja wir werden wieder sehen das ist nicht denn ach die sterben immer alle wenn wir auf den großen schießen nein anderen hauen nur ab ja 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 das wird uns das hin wird uns das hin oder Krieg Munition ein bisschen zumindest ok ok cool hier waren wir ja ne wo sind wir jetzt oh hallo hier das ist echt das ist das ist gut gemacht aber schwer verwirrt teilweise wird nur uns praktisch genau und noch mal drehen mit dem wird wieder zurück nur das wird das wobei hergekommen sind und die verkehrte werden 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 wer macht so ein level design weil sie um was für drogen der worte die waren auf jeden Fall gut die zwei hallo ich habe ein geschenk für euch ne lecker jahre du denn ja das ging doch bestimmt irgendwie aus Boah! 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 Mensch! Wir sehen was hier passiert! Ich habe gerade so ein Ding auf den Boden gekommen. Da die Tür zu. Wauen wir uns. Die Mutter züchtet. Degnet sei die Mutter. Ich will gar nicht wissen was wer wie Mutter ist. Bei dem kranken Scheiß der hier abgeht kann es nur echt übel werden. Aber richtig. Richtig. Richtig übel. Ähm. Von Kurt. Nö. Wo gehen wir zum Boot her? Ja. Ich bin ja nicht dort, ne? So. Ja hör auf! Jetzt fehlt auf jeden Fall noch. Und in dem Raum schon. wird uns hierher. Das hört uns nach draußen. Hier gab es bloß Munition. Hä? Wie kommen wir jetzt da? Hihi. Ich weiß wie. Äh. Boah. Ich dachte hier steht einer. Weih. War ein bisschen umständlich vielleicht. Und lang. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt müsste man rein theoretisch. Liegt ja was rein. Äh. Jetzt an das andere Portal kommen. Ach. Mit dem Geist das mal wieder ein Fahrstuhl runterholen. Hallo. Fahrstuhl. Ich hoffe das klappt so. Hier? Zack. Äh. Unterfallen. So. Jetzt den ultra geheimen Mega-Secret-Way. Den wir einfach stundenlang nicht gefunden haben. So. Jetzt ist das Ding ja hier. Wird wieder in den Raum. Weil der Raum ja eigentlich woanders hin zeigt. Jetzt ist es einfach wieder dort. Äh. Jetzt ist es einfach wieder dort. Äh. Äh. Jetzt sind wir auch bloß wieder hier. Das ist genau. Sondern das bewegt die Tür auch einfach nur rüber. Das war mein Mega voll schlauer Einfall. Einfach mal ziemlich bescheuert. Ignorieren wir jetzt einfach mal ganz kräftig. Ist das nicht bloß. Ist das nicht bloß. Ups. Nein. Komm zurück. Äh. Das was bringt. Und. Es schickt uns. Wir haben nicht woanders hin. Und das kommt. Was ist das? Was steht das nicht? Wo kriegen wir den Code her? Lass ihn kaputt machen. Ah ja. Können wir. So. So. Wo kriegen wir jetzt den Code her? Ehen Kollegen. Können wir nicht? Geht nix. Können wir hier vielleicht schon? Ne. Gemütlich. Geht nix. Aha. Ich hab nicht gesehen. Ach so. Ah. Bin ich doof. Ich bin so doof. Was? N623? Warte. Was denn? Was? 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 Was frisst? Wen? Hallo? Kollege? 1 623? Ne. Ich hab das Gefühl, wir kommen gleich da raus. Hm? Warte. Null. Hallo? 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 Dust schon? Noch nix? Das ist ja das Loch? ich bezweifel dass wir da runterspringen müssen ich würde es nicht so aktivieren sind wir mit dem geist herunterfallen noch nicht ist einfach weg also nicht was uns das hier bringt nur eigentlich das dinge auslösen oder und wenn ihr das ist ja schon genau so wie wir jetzt kratzen muss es mal ausprobieren leider landen wir auch bloß hier ok so ist trotzdem noch nicht wie es weitergeht da oben waren doch welche soviel geht denn das weiter da hat sich nichts verändert nur noch am fressen hast du erwarten dass das nicht klappt nur als geist doch nicht durch die türen verstehe es nicht ich stehe ich gerade voll auf dem schlauch irgendwas damit zu tun dann kommt das weiß na komm schon wie doof ist das denn jetzt könnten wir praktisch da runter jetzt muss ich mal gucken muss das ja bei uns gewesen sein die ganze zeit dann nicht oh mein gott ja geht klar oh mein gott es war jetzt nicht ganz so kompliziert auch wenn es lange gedauert hat ja denn und morgens kennen die chen machen die fotos von uns eine waffe ein du mein zuhause oh ja ich weiß nicht mit kleinen Kabelviechern die explodieren was ist das anschließend wird es blau schlau bin ich aus den dingern oder nicht geworden ein portal nicht passt schon passt schon schlau bin ich dass sie gut ja alles wird alles bestens das ist aber eine schöne gesunde grüne hautfarbe mein freund bitte das jetzt schon wieder in diese war dieses dauernde so sportale laufen überhaupt kein plan wo man ist da kann und jetzt das sind oder wirklich und das können in den Schutzeilen soll das in aus dem Sohn Missraten des Dodos, ey. So, ich? Mh... Ist denn irgendwie... Auch? Dann wollen wir hier drüber laufen? So. Und? Eben. Mh... Praktisch hier hoch. Und dann da rüber. Oder? Wir können erstmal ganz hoch, ja. Hab ich grad bei irgendwas gestört? Hast du Polos reingezogen, hä? Ja, ich sag. Tag. Damit wird ein Weg raus, oder? Jawohl. Ähm... Okay. Was macht das? Ah! Was aus? Was? Was? Ah, was? Geht. Das ist nur bei den Leuten, die das programmiert haben. So völlig verkehrt im Kopf. Im Kopf. Amt. 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 Vielen Dank.